Ich bin Daniel Wiesler, ich bin als Bauerengiel im M-Metall aufgewachsen und ich lebe heute im Dogenburg. Mein erster Beruf war Mechaniker. Ich habe mich aber auch schon sehr früh mit Musik angefangen, später auch noch mit Theologie und ich bin dann unter anderem noch Religionslehrer geworden. Heute lebe ich als freischaffender Musiker und Schriftsteller. Mein neuestster Roman heisst »Die Weiberbüchse«. Dieses Buch ist beim Wert und Weber Verlag in diesem Frühling herausgekommen. Ausserdem habe ich noch ein Teilzeitpensum als Kielmusiker im unteren Eckertal. Bei den Hobbys gebe ich zu Protokolle Bergsteigen, Lesen und ich befasse mich auch sehr gerne mit Geschichte. Ich bin Vater von drei erwachsenen Söhnen und im Herbst stehe ich bei der Nationalratswahl für den Kanton St. Gallen zur Verfügung, und zwar auf der Liste 1, das heisst bei der SVP. Als die Anfrage wegen dieser Kandidatur an mich hingekriegt wurde, habe ich natürlich auf einmal leer geschluckt. Ich meine, ich habe ja ein Tipptops Leben. Ich habe etwas erreicht. Ich bin mein eigener Chef, ich kann das machen, was ich am liebsten mache und ich habe einen Tipptops Beruf. Und eines habe ich gewusst, wenn ich bei der SVP auf der Liste stehe, dann könnte es dem guten Ruf gehen wie an einem Baum, wo die Borkenkäfer anfangen würde. Wieso sollte ich mir jetzt also mein Leben unnötig kompliziert machen? Ich habe studiert und ich habe mir mein Leben so wie ein Film an mir vorbeigehen lassen. Ich habe verschiedene Szenen gesehen. Unter anderem mielt ich der Junge dann mit 18 an einem Samstag am Abend, wo er zum ersten Mal mit dem eigenen Auto davon gestorben ist. Er hatte den Ring auf, wie einer, der fragen möchte. Das kostet die Welt. Ich glaube, ich kaufe sie gerade. Er ist mir vorgekommen wie ein Vogel, der zum ersten Mal den Flügel aufspannt und davon fliegt. Raus in die Welt, rein ins eigene Leben. Die Gedanken, die ihm so durch den Kopf gehen, kann vermutlich nur jemand richtig nachvollziehen, der selber auch Kind hat. Ich habe ihm nachgeschaut und irgendwie habe ich auch mich selbst gesehen. Ich bin ja auch mal gegangen, 30 Jahre vorher mit einem bunt bemalten Renault 4. Dann war mir noch nicht so richtig bewusst, wie viel das meiner Eltern und Vorfahren dazu beigetragen haben, dass ich ihnen verheissungsvolle Zukunft steuern konnte. Ich hatte offene Türen, Möglichkeiten. Ich konnte das werden, wie ich heute bin. Wenn ich jetzt also für die Wahl zur Verfügung stehe, dann geht es mir nicht primär um mich, um meine Karriere. Im Gegenteil, ich meine, was das betrifft, kann ich zwei, drei Schritte hinter sein. Aber es geht um diejenigen, die kommen. Um die nächsten Generationen, dass diese Geringe auch noch aufhören können, wenn sie davon fliegen. Es ist altbekannte Weisheit, dass die wahren Werte nicht materieller Natur sind. Auf unser Land bezogen würde ich sagen, es ist die Selbstbestimmung, die direkte Demokratie, der Föderalismus und die Neutralität. Ich glaube, das sind die altbewährten Erfolgsfaktoren für wirtschaftliches Gelingen und sozialen Frieden. Das dürfen wir nicht vergessen. Auch das ist nicht selbstverständlich. Und wenn ich der nächsten Generation etwas wünsche, dann ist es genau das, dass ihnen das wertvolle Erbe erhalten bleibt. Ich glaube, es wäre nicht richtig, wenn wir für ein paar momentane Vorteile in einzelnen Wirtschaftssegmenten würden die langfristigen Erfolgsfaktoren von unserem Land aufgeben. Aber wir haben eine Regierung, die drauf und dran ist, mit der EU einen Vertrag abzuschliessen, die genau das macht. Für ein paar punktuellen Vorteile, das zu opfern, was unser Land zu unserem Land macht. Die Schweiz zu Schweiz macht. Ich denke, niemand von uns würde im Privatleben einen Vertrag unterschreiben, der die andere Partei dazu ermächtigt, jederzeit Änderungen vorzunehmen, mehr dazu aber verpflichtet, das Zeug zu übernehmen. Und schon gerade gar nicht, wenn der Leistungsausweis von der anderen Partei doch dann noch zwei, drei Fragen aufwirft. Jetzt können wir das natürlich versuchen, schön zu reden. Wir können es kehren, wie wir es wollen. Aber eigentlich ist es genau das, was der Rahmenvertrag mit unserem Land machen würde. Wenn ich also an die Gegenwart denke, dann ist es eine Frage vom gesunden Menschenverstand, dass wir uns da nicht darauf einlassen. Und wenn wir an die nächsten Generationen denken, dann ist es ein moralischer Imperativ, dass wir ihnen das wertvolle Erbe von Freiheit und Selbstbestimmung nicht kaputt machen. Für das setze ich mich ein. Wegen dem stehe ich zur Wahl.